Joachim Sauer verhielt sich nicht gerade gentleman-like. Bei den Bayreuther Richard Wagner-Festspielen wurden Politiker in schicken Outfits gesichtet. Angela Merkel trug eine türkise Kombination, die jedoch von Regentropfen getrübt wurde, da sie ihren Schirm weglegte. Ihr Ehemann, Joachim Sauer, hielt seinen Schirm für sich selbst, nicht für sie. Ähnlich handelte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der seine Partnerin im Regen stehen ließ. Markus Söder hatte einen Schirm, doch ob er seine Frau darunter schützte, blieb unklar. So sorgte die unbedachte Gästen der Politiker für Aufsehen bei den Festspielen.